Und ein herzliches Willkommen vom Mittelpunkt Europas. So, hier ist der volle Sturm, ich habe schon ein bisschen Gegengewicht aufgeschnallt, dass mich nicht davon weht. Also wir haben heute Montag einmal freigenommen und genießen das einmal, keine Menschen. Aber der volle Sturm sieht man, glaube ich, gell? Wahnsinn, jetzt suchen wir mal einen Mittelpunkt Europas. Wir sind hier wieder direkt an der tschechischen Grenze. Ja, direkt, ja doch direkt. Folge dem Weg 200 Metern. Und los geht's. Also das ist eine Kneipe. Das ist eine Kneipe, aber die haben leider zu. Ach so, na das ist ja cool. Ja, das haben wir noch nicht gewusst. Ey, das ist ja cool. Ja, Winterpause. Da müssen wir mal im Sommer her. Also los. Wir haben einen Blick auf den Tillenberg. Wir wollen aber da nicht hoch. Wir haben andere Pläne, würde ich sagen. Eine kleine Zwischenbilanz, wo wir jetzt sind und wo wir hinwollen. Wir sind irgendwo in der Pampa. Und das wird ein interessantes Sauweg. Ich glaube, die hat jetzt 17 Prozent Steigung. Die Sau. Wir brauchen Wind. Das sieht man auch nicht alle Tage so am Baum. Der ist schon richtig gespalten, so morsch ist der. Sieht man das, wie sich der bewegt? Alter. Wenn er jetzt mit dem Finger drin spicken bleibt. Das ist auch nicht so leicht. Wahnsinn. Der lebt. Wenn man mal einen Wind verraucht, ist er nicht da, aber das sieht man schon. Bis mal ein Finger eingekloppt. Das ist verrückt. Das ist total im Arsch. Das fällt gleich um, also gehen wir schnell weiter. Oh, ist aber schön. Jetzt müssen wir auch so ein Türmchen bauen. Willkommen am Sauweg. 17 Prozent Steigung. Das ist ein sehr interessanter Weg. Wie gesagt, es geht ganz schön steil. Und falls der Chris das Video anschaut, warst du da vor zwei Tagen? Hast du gesagt, du hast geschoben? Ja. Verstehe ich warum. Ich glaube, das hätte ich auch gern. Cool, coole Ecke. Also da würde ich auch einmal absteigen, würde ich sagen. Ich glaube, da möchte ich nicht einmal runterfahren. Uah! 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 Das ist eine Herausforderung an die Mountainbiker. Böse Wurzeln. Schöne Schiebestrecke für die Birgit. Böse Wurzeln. 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 Da kann es doch nicht mehr weit sein, oder? Überstehen da? Königstein, Leonstein, Altes Grenzmahl. Aha. Cool. Seht ihr mal wie das ist, irgendein Depp muss immer zurückrennen und die Kamera holen. Also echt, hey. Ist das irgendein alter Grenzstein, weißt du, guck guck. Von 1844. Plus 300 Millionen Jahre alt. Oh. Ja! Hast du einen Reisepass dabei? Dann geh ich drüber. Da oben wäre der Dillen, dieser Berg. Aber ich tue ja die Route wieder auf Komod teilen und verlinke euch das. Könnte man auf den Komodkarten schauen. Plus da waren wir schon oben, da haben wir jetzt keine Lust. Wir wollen ja einen Mittelpunkt der Erde. Nee, in Europa. Zum Mittelpunkt in Europa. Also die Lache hier fließt er mal in die Ölbe. Wer es nicht glaubt, kann es hier lesen. Stärken muss man sich auch mal, gell? Schau, da hinten kommt die Sonne immer raus. Kommt so ein bisschen Nebelschwade hier rein da vorne. Der Nebel des Grauens ist da vorne. Wollen wir da hin? Februar 2024. 24. Hm. Was hast du denn da entdeckt? Mittelpunkt Europas? Was ist das? Hier. Der Mittelpunkt Europas? Na das glaube ich aber nicht. Was ist das hier für Gebilde? Dann ist das ja ein neuer Mittelpunkt Europas. Ist das neu vermessen? Wir waren schon mal. Doch das ist der Mittelpunkt Europa natürlich. Ja das war was anderes mit dem Kreis. Das ist der Mittelpunkt Europas. Das ist der Mittelpunkt Europas, den wir damals, wo wir am Berg oben waren, einfach nicht gefunden haben. Genau. Jetzt sind wir da dran vorbeigefallen. Ja. Wenn wir den Rädern da auf dem Döllnberg waren. Genau so war das. Ja. Es sucht, der findet. Hier steht's. Schwarz auf weiß kann man nicht sagen. Nö. Aber es steht hier. Cool. So, ein historischer Moment. Also wirklich. Hä, den müssen wir vorbeigehen. Wir müssen feiern. Ey, wo ist der Sekt. Nix dahin. Cool. Eine Quelle noch. Ach, der Unterrennen. Ach, der Unterrennen. Böse Winde. Aber mal sonnig. Sehr schön. Wir müssen schauen, wo sie dann reinfällt. Aber die läuft gut genau auf den Bäumen. Das ist gut. Give me your hand. Und du schopperst mich rein? Ich schopper dich nicht. Du schopperst mich rein. Schön auf den Bäumen bleiben. Genau, genau, genau. Da ist der Baum. Auf dem glatten Moos. Ich hab's geschafft. Juhu. Das war ja alles verboten. Das können wir nicht reintun. Das war verboten. Jetzt sind wir gerade an so einem Ameisenhaufen vorbeigegangen. Hier. Und da ist schon richtig Leben hier. Die sind schon total tüchtig. Wenn sie lang stehen bleiben, krabbeln. Und wenn die ersten deine Wurstbeine aufkrabbeln. Ja, ich würd's grad sagen. Pfui. Dann beißen sie mich. Spricht die letzten Worte. Spricht die letzten Worte. Mittelpunkt Europa. Erreicht. Erreicht ein Bierwort dabei. Mensch, ist das nicht toll? Und wir haben Sonne. Und? Schön war's. Schön war's. Wir wünschen euch alles Gute. Es folgen noch viele tolle Videos. Der Sommer kommt bald. Oder der Frühling vielleicht. Lassen wir erst mal den Frühling kommen. Würde ich sagen. Da rechts, wenn wir jetzt schauen, sehen wir wieder den Turm. Wo aus unsere Tour losging. Ja. Also macht's es gut. Oder würdest du noch irgendwas den Leuten am Weg geben? Ja, bleibt dabei. Wär schön. Bleibt dabei. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn du Lust hast. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Und jetzt. Alles Gute.